Selkom zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem kleinen Special-Video einer kleinen Episode Bubble Time. Mehr oder weniger, ihr hört da meine Stimme, ich bin ein bisschen heiser. Ich habe mich irgendwie erkältet, Entschuldigung, das war ein Geräusch im Hintergrund, das da normalerweise nicht hingehört. Aber ich kann nichts dagegen machen, ihr hört. Meine Stimme ist im Marsch, aber trotzdem dieses kleine Video. Und zwar, das habe ich auf Facebook angekündigt, ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen. Max gibt da ein Statement zum Tor von Leon Andreasen ab, beziehungsweise zu der ganzen Geschichte um das Handtor von unserem dänischen zentraldefensiven Mittelfeldspieler. Und das möchte ich natürlich jetzt auch irgendwie machen, denn in gewisser Weise ist das hier natürlich auch ein 96-Channel. Ihr wisst Bescheid, andauernd bei den Vlogs und so weiter. Es geht um Hannover, auch in vielen, vielen Belangen. Und dementsprechend muss ich das heute einfach mal machen und erzähle euch meine Sicht der Dinge. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren eure Meinung schreiben. Ihr könnt ein Like da lassen, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann lasst ein Dislike da. Aber ich denke mal, dass meine Meinung nicht mit Fanbrille zu betrachten ist, sondern doch relativ objektiv und von daher schauen wir mal, was da geht. So, erstmal Situation, weil es nicht mitbekommen hat. Am Samstag, nee Quatsch, am Sonntag hat Hannover gegen Köln gespielt. In Köln. Und Köln war seit 14 Spielen zu Hause umgeschlagen. Hannover war das schlechtere Team in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit über einige Strecken besser als in der ersten, aber doch unterlegen. Und Köln hätte da an sich den Sieg verdient gehabt. Aber das einzige Tor der Partie ist nach einer Ecke gefallen. Schulz verlängert den Ball. Horn hält den. Und am zweiten Pfosten steht Leon Andreasen. Und verbreitet seine Körperfläche und bringt den Ball mit dem Arm ins Tor. So, das Ganze seht ihr jetzt hier gerade auf dem Bild. Das ist natürlich, ja, wenn man sich das Ganze anguckt in der Wiederholung, man sieht, er geht nicht absichtlich. Er boxt ihn nicht rein. Er geht auf den Ball zu. Er versucht ihn irgendwie zu treffen. Trifft ihn mit dem Arm, trifft ihn nicht mit der Brust, trifft ihn mit dem Arm. Andreasen ist ein sehr fairer Spieler. Der würde normalerweise niemals mit der Hand den Ball reinhauen. Das passt überhaupt nicht dazu. Jeder, der sich ein bisschen mal mit dem beschäftigt hat, weiß das auch. Natürlich gibt es viele gerade auch auf meinem Kanal, die mich jetzt abfacken wollen und sagen, ja, Andreasen, voll der Spaß, der wurde auch beleidigt bis zum Gehen nicht mehr. Was ja sehr schlimm auch bestimmt für ihn ist, weil das total unnötig ist. Schlicht und ergreifend im Endeffekt. Er hat nicht gejubelt, so wirklich das Tor wurde aber gegeben. Schiedsrichter Assistent. Das ganze Stadion hat es gesehen. Ich persönlich nicht. Ich war im Block und habe die Fahnen vor dem Gesicht gehabt. Aber die Schiedsrichter haben es nicht gesehen. Als Einzige wahrscheinlich. Köln haben reklamiert und Dankert hat sich entschlossen. Ich frage Andreasen nicht, ob er wirklich den Ball mit der Hand ins Tor gebracht hat. Ich gebe das Tor einfach. Später hat er gesagt, er hat es nicht gesehen. So. Dementsprechend ist es nicht Tatsachenentscheidung. Einfach, dass er sagt, ja, Tor. Sondern er sagt, er hat es nicht gesehen. Er kann es nicht beurteilen. Das Ganze mündet jetzt darin, dass Andreasen ein Verfahren gegen sich hat vom DFB-Kontrollausschuss und ihm krass sportwidriges Verhalten vorgeworfen wird. Das Ganze ist schon lächerlich genug. Dieser Tatbestand hört sich schon total dämlich an, aber gut. So. Krass sportwidriges Verhalten. Wieso? Ganz einfach. Weil er es nicht zugegeben hat anscheinend. Oder weil er den Ball absichtlich mit der Hand ins Tor gewonnen hat. Sind wir mal ganz ehrlich. Er hat den Ball nicht absichtlich mit dem Arm ins Tor boxiert. Der ist halt gegen den Namen gegengeprallt und er hat es nicht gesagt. Ist es seine Aufgabe, das zu sagen. Einige werden sagen, ja. Aber sind wir auch da mal ganz ehrlich. Wie viele Spieler, die ihr kennt in der Bundesliga, gerade auch in der Situation als Tabellen-17er in Köln, die seit Ewigkeit nicht mehr auswärts zu Hause verloren haben. Wie würdet ihr reagieren? Würdet ihr es dem Schiedsrichter sagen? Ich glaube nicht. Nur weil Aaron Hunt das damals beispielsweise gemacht hat. Mit seiner Schwalbe gegen Nürnberg. Oder weil das beispielsweise Marius Ebbers irgendwann mal gemacht hat. Das heißt nicht, dass das jeder machen würde. Auch gerade, weil die Situation total anders ist. Schiedsrichter fragt nicht nach. Klose damals auch für Lazio hat es auch zugegeben. Ich glaube, er wurde sogar gefragt. Beziehungsweise es war nicht so wichtig in der Situation. So, Andreasen hat es nicht zugegeben. Andreasen wurde auch nicht gefragt, dass die Aufgabe ist von einem Schiedsrichter. Wenn wirklich so viele, das ganze Stadion, die ganzen Mannschaften so reagieren, dann musst du als Schiedsrichter nachfragen. Das ist nicht der Fehler von Andreasen gewesen. Der hat nicht die Aufgabe, das zu machen. Das war die Aufgabe von Dankert. So hat er nicht gemacht. Und deswegen, nur weil er jetzt sagt, ich habe es nicht gesehen, kriegt Andreasen Kontrollverfahren gegen sich? Das ist so ein Disziplinarverfahren. Das ist so total lächerlich. Ganz ehrlich. Und sind wir mal zu 100% bei der ganzen Sache. Douglas Costa gegen Augsburg. War das ein Elfer? Nein. Weiß er das selber? Wahrscheinlich ja. Hat er das dem Schiedsrichter gesagt? Nö. Hat Bayern deswegen gewonnen? Ja. Robben bei der WM 2014 gegen Mexiko. Ist er geflogen? Ja. Hat er dem Schiedsrichter gesagt? Ich habe geschweibt. Nö. Natürlich wurde der dafür fertig gemacht. Aber es war nicht so ein Aufriss. Es war nicht so ein Aufriss wie darum. Abseits kann man vielleicht nicht ganz so vergleichen. Aber das ist auch ein gutes Beispiel. Blausgein und Modest, der ja auch so eine versuchte Tätlichkeit im Spiel hatte. Worüber natürlich keiner spricht, weil Quatsch. Letzte Saison mit Hoffenheim in Hannover. Vier Meter abseits nach sechs Minuten. Meinst du, das hat er nicht gesehen? Denkst du, der hat irgendwas gesagt? Natürlich nicht. Der wollte sein Tor haben. Ist doch ganz normal. Das ist Fußball. Das ist Profisport. Wenn du in so einer Situation bist, dann nimmst du das Tor halt mit. Und das ist meine Sicht der Dinge. Es war die Entscheidung des Schiedsrichters. Und es war der Fehler des Schiedsrichters. Und sicherlich nicht Andreasens Aufgabe, da hinzugehen und zu sagen, ey, war kein Tor bei Hand. Das kann man machen. Das muss man aber nicht machen. Und deswegen ist das Disziplinarverfahren total lächerlich. Weil da müsste man für jedes Foul, beziehungsweise für jede Schwalbe und für jedes Abseits-Tor, wo der Spieler weiß, er war im Abseits, wo es das ganze Stadion von mir aus gesehen hat, da musste jedem Spieler ein Disziplinarverfahren anordnen, wegen krass sportwidrigem Verhalten. Und man sieht wirklich, meiner Meinung nach, dass Andreasen nicht bewusst mit der Hand den Ball reinboxt, wie es Maradona damals gemacht hat. Hat er nicht. Er ist mit dem Körper zum Ball gegangen und der Arm war halt nicht angelehnt und er hat ihn halt mit dem Arm reingemacht. Das passiert. Der Ball ist dagegen gepreilt. Das war niemals Absicht. Aus der kurzen Distanz, das kannst du doch in dem Bruchteil der Sekunde doch gar nicht so steuern. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Da bin ich aber auch, da breche ich jetzt mal eine Lanze quasi, auch für andere Spieler. Selbst wenn das einer vom BTSV machen würde. Selbst wenn das sonst wer machen würde. Wenn das ein Douglas Costa machen würde. Wenn das von mir aus ein Lasocka machen würde. Ich mag Lasocka nicht, klar. Ich mag Hamburg nicht, okay. Aber trotzdem wäre diese Hetze dagegen total lächerlich. Einfach weil es unnötig ist. Es würde kein Spieler der Welt zugeben. Vielleicht ein Bruchteil der Spieler. Aber doch nicht jeder. Und deswegen finde ich es so lächerlich, dass jeder jetzt sagt, ja, das kannst du so nicht machen. Sind wir mal auch da, der Vergleich. Hätten die Kölner das zugegeben? Meint ihr das wirklich? Hätte das ein Kölner zugegeben, hätte Jojic den Ball so reingemacht, hätte Modest den Ball so reingemacht. Meint ihr das? Der wäre zum Schiedsrichter gegangen und hätte gesagt, hey, war Handspiel? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Meine Stimme schwindet und schwindet. Ich muss langsam mal husten. Deswegen wende ich das Video jetzt hier. Schreibt mir, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Ich bin der Meinung, dass das Disziplinarverfahren ist vollkommener Schwachsinn. Rudi Völler und Peter Stöger haben ja auch beide gesagt, es ist der Fehler des Schiedsrichters. Und nicht der Fehler von Andreas, nicht die Aufgabe von Andreas und das Kontrollverfahren ist lächerlich. So sehe ich es nun mal auch. Und ich bin der Meinung, dass das wieder zeigt, dass die Schiedsrichter und der DFB, mal jetzt abgesehen von fanunfreundlichen Anstoßzeiten und von sonstigem Bullshit, den die machen. Ich bin ja schon Ewigkeiten der Meinung, dass die Schiedsrichter der DFL absolut nicht die Besten der Welt sind, sondern relativ wack sogar sind in vielen Belangen. Könnt ihr mir auch dazu gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Findet ihr es gut, was der DFB momentan macht? Nicht nur mit der Affäre, die halt allgemein wegen der WM ist, sondern auch allgemein so. Die Schiedsrichter, wie die so entscheiden. Oder sowas mit Disziplinarverfahren oder fangerechte Anschlusszeiten und so. Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mir persönlich, dass mein Hals demnächst wieder funktioniert, damit ich wieder Videos produzieren kann. Bis dann, haut rein und ciao.